hallo und willkommen zur neuen aufnahme vom akras 3 projekt hier mit der blutjenny hallo und mit salans hallöchen so ja wir haben offscreen bis in den server laufen lassen warum läufst du mir genau ins schwert genau so ich stehe im schmerzlust ja definitiv so wir brauchen ein paar bones zehn stück und neuen rotten flash und dann geben ich habe angefangen abzugeben ich habe bereits noch hast du schon abgegeben jetzt hast du ja wir können zombies abgeben wir können ein stück abgeben sie es nicht ja wir brauchen noch ein zombie zombie hallo zombie abgegeben ich habe jetzt kommen wir noch mal abgeben ja dann haben wir einmal dies hier zum abgeben und plastik ich habe die rechte genommen sind visibility jetzt muss ich gucken ob ich hier noch platz habe ein booten mit feather falling drei und zwei goldene lassos ok welches nimmst du ich habe das rechte genommen und was war dran kann ich dir noch nicht sagen ich will zuerst die ganzen sachen los werden weil was ist so ja also hier haben wir auch ein bisschen weiter auf ein safari net wo hast du das andere hin oben im ding übrigens sand ist fast voll so als allererstes möchte ich jetzt gerne mir mal eben einen geschäft machen ich habe eine regeneration ist ganz gut so ja fast sinnlos aber ganz gut ja so dann möchte ich hier gerne noch mal ein bisschen koppel rausnehmen so auf jeden fall ich werde jetzt die euro ich habe ich kann es nicht lesen greatest greatest greater wahrscheinlich ja es ist blau weil ich richtig lesen ich öffne zwei stehen gut so wahrscheinlich wie kennen habe ich fische drinnen ach so egal so wie man ein koppel macht haben wir schon mal irgendwelche nein hast du nicht gezeigt hätte ich nicht ja gut also kompress koppel das was ja kann man gebrauchen so was ich rausbekommen habe noch mehr von den dingern kiste davon auf bitte ja wir wollen koppel machen indem man neun koppel im crafting fenster anordnet dabei kompress macht man wenn man es mit zwei stück so macht und triple kompress macht man halt wenn man mit double das so macht das ist so die anordnungen dabei und das habe ich eingeschmolzen daraus kriegt man sie redstone über den ziel ist doch wenn ich jetzt die eisen finde gerade machen wir uns heute nämlich den nächsten dings dem nächsten ofen oder wie auch mal das ding jetzt noch heißt genau dafür habe ich hier nämlich schon ganzen haufen clay vorbereitet wenn ich da jetzt alles rein schmeißen würde kommt es mal mehr so wenn man jetzt hier den clay rein schmeißt der wird automatisch drauf gedrückt so wenn man ihn jetzt mit sie redstone über gießt kommt da der braune stein raus und der braunen sassen scott 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 bricks und mit denen können wir die nächsten hochrufen bauen brauchen aber erst mal einen ganzen satz davon dann habe ich ein wenig rüber vorbereitet den wir mit redstone und eisen jetzt mal zu conveyor belts machen was sind einmal noch grad nicht dabei und ich bin schon dann mache ich ganz kurz nur die barrels für hinten so nur halt ich kann deine hilfe jetzt gleich gebrauchen so auf 14 stück haben wir schon geht ja echt schnell ja wir haben ein bisschen was durchgesiebt ja mit 9 diamanten 8 amerates ne 6 amerates doch ich brauche nur einen haufen fackeln ach mit rauwitz funktioniert das doch nicht weil ich habe mir rauwitz ausgeholt für was aber keine rauwitz mehr doch habe ich was soll ich für gott sagen so und jetzt mache ich wahrscheinlich das lange nicht mehr da müssen wir noch mal auf screen ein bisschen was machen so jetzt gehe ich bei und fackel oben aus wo oben bei den ganzen wirst und alles ich bin gerade ich dann überlegen ob ich das mache oder nicht dazu ja das ist doch eigentlich ja zieht doch eine rüstung an du bist zumindest ein bisschen geschützter na gut hier haben wir noch einen ganzen haufen rüstung warte ich helfe ich komme gleich mit warten so ok er macht das war das wird echt heftig oben jetzt aus gut das einzig gute ist das nix neues mehr spawnen wenn wir hier in der nähe sind so einmal das einmal das na toll der nicht schlau ist wo ist der zombie oder creeper weg gut ach na toll was ich packe den barrel in den barrel rein und platziere den barrel davor so ich versuche einfach mal mit koppeln ein bisschen da irgendwie dicht zu bauen oder so aber das kann jetzt echt interessant werden so zumindest haben wir jetzt hier erstmal einen sicheren punkt alter wollte mich verarschen was denn ja hier ist alles voll mit wurst habe ich doch gesagt wie sollen wir das machen jetzt ich habe keine ahnung brauchen immerhin nur zwei schläge wie lang sollen wir denn hier stehen und kloppen kommt ja kommt zu mir einfach jetzt direkt warte du musst du hier auch so einen kleinen raum machen sage ich jetzt mal ja wenn du da ja wenn du da stehen bleibst kann ich es dir leider auch nicht fertig machen so warte du musst dich halt hier so ein bisschen entdeckungen begeben guck mal dass ich hier uns mal ein bisschen größeren raum machen ja kannst du mal bitte auf ja du kannst dich hier in sicherheit hinstellen du stellst dich genau so hin dass ich hier nicht weiter bauen kann frau fängt ja auch noch an zu kreischen aua alter ich weiß nicht wie wir das machen sollen ich esse erstmal was wie sollen wir das denn jetzt machen vorwärtsleidig nur eben schnell die daraus konveyors machen so pass mal hier auf bitte ja das klappt ich gut aus auf den konveyern spawn schon mal keine monster sonst wo man bitte in bogen ja aus zwei mitgebracht ich habe zwei einstecken ja nein falsch ich habe den falschen bogen ausgegeben hier ist noch einer und hier sind 30 weil weil eine gibt katja fast kaputt jetzt warte mal kurz geh mal bitte weg oder ne ich bin ouch du hast du was zu essen ja hab ich erst mal hab ich ich regeneriere ja das problem ist wenn eine gewisse frau die ganze zeit vor mir steht kann ich hier nicht weiter bauen pass auf hier platzieren wir so hin dass wir den raum hier einen breiter machen können ja ich habe hier unten schön ein stein drauf gemacht auf den hier drauf die nicht gerade anschlagen auf den drauf herr welchen stein klickstern ach da ist schon steinchen drauf so pass auf so dann hauen wir uns wenigstens Achtung 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 ein bisschen regenerieren da du hast mich schon wieder getroffen oder nein jetzt gerade nicht so Aua das war ich jetzt auch nicht ich weiß kannst du mal bitte entscheide dich für eins der löcher Aua Aua ich nehme das hier sicher Dein Ernst Nein Du kommst darauf dass es mein Ernst ist Ja Jenny das war der erste Tod Yay Erste Tod Wie hat es gedauert? 13 Folgen Ach was ist bei uns hier nichts? Ja Meine Sachen Ich glaube das war so ziemlich das wichtigste oder? Ja Der Rest scheiß einfach drauf Äh verdammt jetzt habe ich dir alle Pfeile gegeben Warte Ich hole eine neue Wie lange sollen wir denn hier sitzen und die blöden Dinger kaputt hauen Wenn das dann nicht auch um weniger? Ja So pass mal auf ich mache hier auf meiner Seite auch noch einmal auf 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 Au Das war ich nicht Ich hab dich nicht getroffen Aber warum hab ich diese Plum gehabt? Von deiner Seite aus greifen die mich alle an Du hast ne Pfeile im Kopf Geh weg Das kann noch dauern Das kann noch dauern Ah Geh weg Hm Hast du sonst die Regenerationsportion mit? Ich hol sie Ich hol sie Ja ich wollte gerade sagen Ich hol sie mal Wie viele Pfeile hast du denn noch? Ich hol mit zwei Spots auch mit Äh Ja ich wollte gerade sagen Wir kriegen auch noch mal ein Stack mit Hast du die ganze Liste angezogen? Ja die ist schon kaputt Äh die Regeneration die geht acht Minuten Ja Ich wollte es Ich hab mir jetzt aus der Kiste noch noch was geholt Na Kannst du mir mal bitte nochmal neue Rüstung mitbringen bis auf Prost Nächste es gibt ja nur äh Beine noch Ja Immer ein bisschen was Ha 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 das war knapp Ja Hier Meist du meine Regeneration raus? Komm los Danke Warte ich schmeiß dir auch eine Rüstung entgegen Hier Alles Gutes den kann man wieder aufladen Wow Ich dachte er runter das wollte ich zwar nicht aber ok Das wäre wirklich ein ganzer Haufen weniger Und mir gibt es keine mehr Ah doch da Pass auf Was du bei mir? Oh Geh weg Geh weg da Ah da meinst du Ich hab hier keine mehr bei mir Ja dann Warte Mach auf Mach auf Nein mach auf hier Warte Ein zwei noch so töten Hä Wieso treff ich das Viech da nicht? Ach jetzt Hier Ich hab hier keine mehr bei mir Ich hab hier keine mehr bei mir Mach auf es sind noch wenige Ok Jetzt haben wir möglichst vier ein Das sind noch drei Stück guck mal Da ist gar nichts Ach komm die eine Piste Ah da hinten hole ich schon Ja So Wollen wir das so machen oder ausleuchten? Äh scheiße Ah jetzt ist raus Was hast du denn getan? Wir müssen übrigens bei 18 Minuten 19 Minuten Ok Wollen wir einen schnellen Cup machen mehr oder weniger? Ah Fuck 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 Du musst doch nicht mehr raus Wollen wir mal bitte den Stein hier irgendeinen weg Auf den Dingern kann man nicht springen Und setzt am besten einen da drunter irgendwo Ich Das Problem ist ich hab den Block Warte Ich würd sagen ich darf hier nicht loslassen weil der land liegt da unten Ah die sind richtig mies die Dinger hier Ach so Krie ich die Spitzsacke wieder? Danke So Ja dann äh Würde ich sagen ich hoffe euch hat's gefallen Nächste Folge machen wir dann hier den Rest weiter Und ich logge mich definitiv jetzt nicht aus Und ja dann bis zur nächsten Folge Ciao ciao Ciao